Ja hallo, hier ist wieder euer Gamerook. Diesmal mit der Bayonetta und Vanquish 10th Anniversary Bundle Launch Edition der PS4-Version, FSK 18 das Ganze, also ungeschnitten beide Teile und jetzt kommt's, Steelbook enthalten. Da ist also das Steelbook drin. Ich zeige euch mal die Hinterseite von dem Ganzen. Ich selber hatte die Spiele schon einzeln gekauft und habe das aber dann nochmal geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht mehr zu Weihnachten oder zu Ostern. Könnte auch mal ein paar Tage gewesen sein, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, eine tolle Edition. Ich habe keine Verwertung mehr dafür, aber vielleicht möchte es einen Sammler haben. Es sind natürlich zwei absolute Action-Fetzer, ganz klar. Geht ab wie ein Fleischküchle und mit Senf. Und, ja, würde mich freuen, wenn es ein Sammler wertschätzen würde. Ich verlinke euch unten im Video, wo ihr das Ganze käuflich erwerben könnt. Bedenkt mich recht herzlich, wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein, ciao, euer Gamerook. und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020